Herzlich Willkommen zurück zu Eleanor. Ich fühle mich jetzt mal hier stehen geblieben, dass der Typ befahren wurde. Und da machen wir heute mal weiter. Ich habe die Grafik ein bisschen runter geschraubt. Ich hoffe auch mal, dass diesmal ein bisschen flüssig läuft. Dafür habt ihr das Bild allerdings plus in 720p. Aber ich glaube eh wie so, dass... Ich glaube eh wie so, jetzt hat der Typ gerade gesprochen, dass eh wie so den meisten wahrscheinlich das... das Video eh wieder und nicht wirklich mal im Vollbild gucken, glaube ich. So. Come on. Blöder Typ. Warum ist der Auto nicht so schmutzig jetzt? Was willst du jetzt eigentlich von mir? Hey. Komm, geh mal da aus dem Weg. Du stehst den Weg, Junge. Gott dammit. Komm, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal. Na so geht doch. Mein Gott, dass ich es helfen muss. Na so jetzt muss ich halt nicht mehr zu den Typen dort. Und irgendwie hat schon mir die Tür zugemacht. Ihr soll doch nicht die Tür zu machen. Ist das die Lampe, die da zu hören, ist das ja cool. Komm, geh mal ruhig steck ein. Auf geht also unsere Fahrt in der Nacht. Es sieht so aus, wie die D.A. wird die Charger pressen. Anna Rodriguez könnte Zeit machen. Ich spreche mit der D.A. Sie hat genug zu sprechen. Und ich weiß nicht, Oco. Sie ist einfach zu machen. Und die D.A. liebt Conviction. Wie kann ich das machen? 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 Ich habe ja nicht mehr rot die ganze Zeit. Uff! Das ist ein Tank. Das ist ein Tank. Rays Kaffee. man muss einfach mal immer zwischendurch mal etwas testen an älteren fällen wo man fahren muss so war es so Das ist nicht ein Stagesnamen. 24 Jahre alt, hat sie in Kansas gelegt, um die Yellowbrick Road zu folgen. Ist das so? Wir nehmen uns später ein formales Statement. Jetzt schauen wir uns mal. Jetzt schauen wir uns mal hier rum. Ist aber immer schon mal ein schöner Hut. Steht es vor nichts besonderes vor uns drauf. Was machen wir doch gleich mal? Wenn er keine Chance hat, dann gucken wir uns das auch gerne mal an. Dann haben wir das Gesicht und es endete hier. Die Klammer hat ihn von drüben. Dear Mr. Patterson. Feuer und Lebensversicherung. Okay. Na, haha. Etwo bloß eine 16.000 Dollar Lebensversicherung gehalten. Und dann schreiben wir mal hin. What the fuck. Ja. Erhöhung. Und ja. Gesamtaushaltbetrag 10.000 Euro. Im Todesfall oder in Kanti-Versicherung. Das ist richtig viel. Auf jeden Fall nicht sehr viel Geld. Führerschein. Ja. Lester Patterson. Was haben wir da? Nordshopstreet Weiss 36. Fände ich schon mal krass, dass sie alleine schon draufschreiben, äh... Finde ich auf jeden Fall schon mal recht geil, immer wegen dem die auf weiß. Ist das nichts? Passt ja nicht so was. Hat aber sehr viel Bargeld bei sich gehabt. Ein Dollar. Oder zwei. Auf jeden Fall ist es ein Bericht des Gerichtsmediziners. Was haben wir hier noch so? In einem Sinne wie die Hinweise, ne? Das Blut ist ein langer Weg aus dem Körper. Das Auto muss schon mal wie ein Blatt aus der Hölle gehen. Also der Fahrer hat eine Brake vor dem Impat. Und das ist alles sowas, was wir jetzt hier dazu haben. Haben wir noch irgendwas im Mülleimer? Ist alles dein, Detective. Okay. Miss Perry? Ja? Ich bin Detective Phelps. Das ist mein Partner, Detective Bukowski. Könntest du uns erzählen, was passiert? Well, I came to the window because I heard people arguing downstairs. Und was passiert? Dann hat's. Ich habe den Mann gesehen, und habe den Mann gesehen, und er hat ihn auf den Weg gebracht. Was für ein Kind war es? A Dark Red Lincoln Continental. Did you see the license plate? Nur die ersten drei Letters, ich bin afraid. 3C8. Tell me mehr über die Argument. Was für ein Kind war es? Well, there were two voices. Oh. Man and a woman. That's all. Why are you holding out on us, Miss Perry? I'm sorry. I was hoping to tell my story to the newspapers. I'd like to get my picture in the paper. Trying to find work as an actress, and things are pretty difficult. Cough it up, sister. We don't have all night. People arguing? They were husband and wife. I could tell by what she was yelling. Intimate things. Very embarrassing for the man. Thank you, Miss Perry. Your information has been very helpful. You can go now. You really think so? I hope you find that driver and put him away. Oh, forgive me on the business. Certainly got away with the dames, Phelps. Give it a rest, Bukowski. Let's see what the patrons have to say. I'll take the bartender. You work the rest of the room. I'm Detective Phelps of the LAPD. How can I help, Detective? Your name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place when the owner ain't around. Where is the owner? He stepped out. Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson, home. What can you tell me about the accident? Not a lot. He was busy in here, and all I heard was the impact. So what was he doing outside? It's against licensing regulations to drink on the sidewalk. Lester and Lorna were having a fight. The owner made him take it outside. It was pretty ugly. Do you know the victim? Yeah. Lester Patterson. He's a regular here, or he was. Not one of your favorite customers. Lester was special, but not my kind of special. Was Lester drinking alone? No. He came here with his wife. She didn't seem too interested in the booze, though. A witness overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? Why was Lorna Patterson in such a hurry to leave? What is going on here? Lorna was pretty upset, so Leroy took her home. Lorna and Leroy are close. They've been talking about opening a new bar. Leroy. Leroy Sabo. The owner. How long have Lorna and Leroy been talking about this new bar? Who knows? I just served the drinks. Bartenders hear all sorts of things. Are you going to tell me or do we have to start playing rough? Wenn Lester trinkte, hat er Lorna als Dürr. Er brachte alle ihre Geld. Lorna pittet Leroy über die Bar. Ich weiß nicht, wie du dich interessiert hast. Ist Leroy gut? Hell nein. Die einzige Sache, die in diesem Ort einflögt von den Poker-Games. Danke für deine Hilfe, Lynch. Ich brauche, dass du ein Statement mit dem Patronen schickst. Klar, kein Problem. Hast du nichts aus den Regularen? Sie wurden nicht zu viel weggegeben. Sie liebten, dass Lester und Lorna ein paar Runden jeden Tag zu gehen. Und Lester war ein Fan der Lovetap. Courtney, komm in. Hab einen Sitz. Danke. Wie findest du arbeiten bei der Klinik? Es ist gut. Bist du sicher? Kann ich ehrlich sein mit dir, Doctor? Ich hoffe, so, Courtney. Ich hoffe, dass die Therapie besser wäre. Die Therapie besser wäre sehr langfristig. Die Therapie kann, unfortunately, sehr langfristig sein. So many of the patients here are addicts, Doctor. Many of them have been for years, Courtney. In the past, these people were condemned to sanatoriums. We can reveal the root of the problem, and we have a chance to help them. And until then, they stay sedated? Do I detect a hint of reproach, Courtney? I was expecting more, Doctor. I'm sorry. I don't mean to criticize. Part of being a physician, Courtney, is learning to be patient. How is it possible to keep so many of them on their medications, Doctor? Many of their addictions are illegal. Oh, many things in life are great, Courtney. What may on the surface appear to be illegal is actually a benefit to society at large. I'll see you again. Dann dum dum. 3 von 13 gefunden. Für das mal gespeichert hier fleißig. Ich will mal sagen, wir gehen jetzt mal wieder weiter hier. Wo ist eigentlich unser Auto? Da drüben. Und da ist auch noch ein Telefon. Da sollen wir wahrscheinlich jemanden anrufen. Da ist ja unglaublich. Schon mal 7 Fragen, richtig? Von 7? Ja. 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 Das war's für heute.